Auf den Festivals sieht man immer wieder Filme, die trotz kleiner Budgets mit tollen Bildern aufwarten können. Aber einen erzählerisch und emotionalen, hochwertigen Film zu machen, das braucht mehr. Wir von Filmfest Spezial freuen uns immer, wenn ein Film nicht nur schön sein will, sondern was zu erzählen hat. So ist es auch bei unserem nächsten Film, A Habit of Beauty. Fotograf Ernesto und Galeristin Elena aus Italien haben sich in der Londoner Kunstszene etabliert. Doch seit dem Unfalltod ihres Sohnes trennt sie ein tiefsitzender Schmerz. Im stotternden Eien entdeckt Ernesto ein echtes Fototalent. Er will ihm aus der Londoner Unterschicht heraushelfen und kommt dadurch Elena und sich selbst wieder näher. Regisseur Mirko Pincelli aus Italien ist selber Fotograf. Schönheit ist für ihn ein Lebensthema. Er lebte lange Jahre in London und erkennt die oberflächliche Welt der Galerien und Fotostudios. Er ist überall, in einem mehr Dumpen und Horribleen Ort, wo man sich überrascht. Wenn man will, wenn man sie für ihn und erhältst, kann man sich in einer Familie finden, wie Ian, ist, wie ein sehr schlechtes Wettbewerb, von einer sehr schlechtesten Familie von einem Arbeitsklasse und so weiter. Man kann da auch mehr Schönheit finden, als in der perfekte, idealistische Welt, die die Menschen versuchen, um all den Zeitpunkt zu kämpfen. Das ist, glaube ich, meistens sehr fein. Denn diese perfekte Welt gibt dem Paar keinerlei Halt, als ihren Sohn verlieren. Auch wenn in dem Film manches zukonstruiert ist, spürt man dahinter immer Pincellis Wunsch, Hoffnung zu geben. Das hat auch mit seiner eigenen Herkunft zu tun, die ähnlich wie die von Ian ist. Ich komme aus einem sehr similaren Umfeld. Es ist ein italienisches Umfeld, wie es mit dem englischen Umfeld ist. Und ja, zu einer anderen Kultur, zu einer anderen Welt. Aber ich konnte nie einen Traum von Fotografie folgen. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele Elemente, die alle aus unserer eigenen Leben genommen haben. Pincelli war es vergönnt, Fotograf und später Kameramann zu werden. Für The Habit of Beauty arbeitete er aber mit einem erfahreneren Kameramann, um sich ganz auf die Regie zu konzentrieren. Denn er liebt zwar schöne Bilder, aber es kommt ihm auf etwas anderes an. Ja, es ist großartig, dass wir alles, was wir wollen, denn wir können es heute mit allen Kameramann machen. Aber ich habe angefangen an, wo ich mir gedacht habe, dass man ein bestimmtes Equipment braucht, das ist komplett blöchert, in a sense, weil man kann ein schönes Film machen mit einem Telefon. Umso schöner, dass Pincelli nicht mit einer Handykamera gedreht hat. Durch die Dichte seiner Bilder entfaltet sich eine eigene Poesie, die gemeinsam mit der stimmungsvollen Filmmusik The Habit of Beauty sehenswert macht.